servus und hallo herzlich willkommen so was was haben wir gebaut zum fun coaster folge nummer 36 ich bin der benutzer name und präsentiere euch hier diese wunderschöne brücke an der wir bauen und zwar wird das eine brücke im chat sagt mir irgendwas was ich noch labern sollen eine brücke im burg die sein wie man hier sehr schön sieht mit einem fallen gitter das kommt hier vorne an den start sehr schön ihr habt das echt super gemacht ne illuminat das falsch ich habe das echt super gemacht und mit ganz viel steinen ganz viel steine haben wir hier verwendet und zwar unten an der mauer damit das nicht so ein harter abschnitt ist zum terrain haben wir da ein paar steine hingesetzt damit das ein bisschen ein smoother übergang ist an der beleuchtung gebe ich zu müssen wir noch ein klein wenig arbeiten aber auch das bekommen wir hin da bin ich von überzeugt aber ihr kennt mich gebt mir einfach ein bisschen zeit und dann das wird das wird alles wunderbar es wird halt der fun coaster ist auch so ein projekt muss man sagen der braucht zeit ich möchte euch ja nicht irgendeinen ramsch präsentieren es soll ja wunderschön werden denn wir werden hier auf diesem ich als benutzername werde den weltmeister besiegen und mit diesem fun coaster meister in planet coaster das ist mein ziel und das ist der einzige grund warum ich diesen fun coaster baue reicht das zeit technisch die sieben brücken brücken zum überbrücken des brücken baus mit bastelkleber haben wir das zusammengebaut ich lese noch ein bisschen aus dem chat vor du schneidest das dann schon irgendwie wieder zusammen das gegen eigentlich an hannibal zu meiner park so ist schon wieder wie läuft es mit fort nein das ist ein komplett anderes thema leute ja reicht dir das kannst du da was schönes draus zusammenschneiden hat komplett abgeschaltet servus und hallo ich muss jetzt mal intervenieren also ich bin da alle rassen aus hier und was der benutzername da gesagt hat das ist ja kompletter bullshit irgendwie so von wegen mit ambitionen irgendwie gebaut der benutzernamen das einfach stinkfaule socke und sagt einfach zu anderen leute hey sprich mir hier mein video ein weil ich weiß nicht was sie sagen soll hier hängebrücke gebaut und so und jetzt immer mehr real talk in den in den dingen des videos da in den was ist das für zeug fun coaster hat er das genannt kompletter müll und meinen weltmeister titel ich als alle rassen aus nimmt man sowieso nicht also der der keine ahnung wie man was baut damit irgendwie nur ganz mal ich jetzt der hat einfach für für meinen coaster hat einmal in zum müll da reingebauten jetzt dann und platzieren muss also geröllwürfelhaufen art das ist ja kompletter bullshit und bevor das video jetzt hier noch mehr sinn befreit wird es wird nur so viel zu sagen geben was bei ihm neues am kanal gibt aber das kommt dann irgendwie wahrscheinlich am montag im video oder so jetzt ist erstmal schluss servus tschüss bis zum nächsten mal mir gefällt das echt hier muss ich ehrlich sagen